Wir schaffen Healthcare. Mehr Freiräume für die Gesundheitsversorgung. Schnelle und hochwertige Patientenbehandlung mit Hilfe von Mixed Reality. Ob in der Notaufnahme, bei Visiten oder in Schulungen. Die Mixed Reality Brille unterstützt in vielen verschiedenen Bereichen in der Telemedizin. Die Datenbrille ermöglicht schnelle Zuschaltung von Experten, welche in Echtzeit die klinischen Patientenzustände übermittelt bekommen und somit bei der Behandlung unterstützen können. Überwachen und schützen Sie Ihr gesamtes lokales Netzwerk und Ihre Cloud in einer einheitlichen Oberfläche. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird auffälliges Verhalten in Ihrem Netzwerk erkannt. Je mehr bedrohliches Verhalten ein Benutzer oder Host aufweist, desto höher steigt er im Bewertungsquadranten. Sichern Sie effizient alle Komponenten gegen unbekannte Bedrohungen ab. Das Gesundheitsterminal für Kliniken und Krankenhäuser. Durch seine innovative Kombination aus Porträtkamera, Kartenleser und Unterschriftenfeld lassen sich viele Prozesse verschlanken. Vorgänge wie die Patientenanmeldung oder die Zugangsberechtigungsprüfung werden einfach systematisiert. So befähigt das Gesundheitsterminal die Patienten zu mehr selbstständigem Handeln. Wir freuen uns auf Sie. Sprechen Sie uns an. Ihre Ratio Data.